Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen In der Nationalmannschaft schrillen die Alarmglocken. André Carillo erleidet eine schwere Verletzung und fällt gegen Chile und Argentinien aus. Al-Qadizia berichtete, dass André Carillo eine schwere Verletzung erlitten habe und sich einige Tage vor der Ausschreibung für das Spiel gegen Chile und Argentinien am dritten und vierten Tag der Südamerika-Qualifikation einer Operation unterziehen werde. Fußballspieler André Carillo erlitt eine schwere Verletzung und muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, wie das Team Al-Qadizia berichtete. Es sei darauf hingewiesen, dass wir nur noch wenige Tage von der Ausschreibung des Spiels gegen Chile und Argentinien für die Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 entfernt sind. Bedauerlich. Der Verein Al-Qadizia berichtete, dass sich der peruanische Fußballspieler wenige Tage nach dem Anruf des technischen Direktors, DT, Juan Reynoso für die Spiele gegen Chile und Argentinien am dritten und vierten Tag der Südamerika-Qualifikation einer Operation unterziehen wird. André Carillo erlitt eine Oberschenkelverletzung und wird sich einer Operation unterziehen. Das Programm hat in dieser Phase therapeutischen und rehabilitativen Charakter. Die Genesung steht bevor, sagte Carillos Team Al-Qadizia. Es sei darauf hingewiesen, dass der Saudi-Arabische Klub die Culebra für das heutige Spiel, Sonntag, 24. September, gegen Al-Tavon nicht für einen weiteren Termin in der Copa del Rey de Campeones einberufen hat. Ebenso bestätigte das Portal ESPN Peru die Nachricht über seine sozialen Netzwerke und betonte, dass nur noch wenige Tage bis zum Beginn der nächsten Termine für die südamerikanischen Qualifikationsspiele verbleiben. André Carillo erlitt laut Al-Qadizia eine Oberschenkelverletzung. Der Genesungsprozess des Flügelspielers hat bereits begonnen. Es sind jedoch nur noch 18 Tage bis zum Beginn des zweiten Doppeltermins der South American Qualifiers und der Culebra ein Zweifel. In diesem Zusammenhang würde André Carillo in die Liste der verletzten Fußballer aufgenommen, da der Saudi-Arabische Verein Al-Qadizia berichtete, dass der Spieler in den kommenden Tagen operiert werden muss und daher die Spiele gegen Chile und Argentinien verpassen wird. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.